Da sind wir wieder, die zwei Hübschen aus SimSiddyk. Ja, Städte der Zukunft. Oh, wir sind so schön, wir sind so toll. Ach komm, lass uns doch handhaschen hin und darüber reden, wie toll wir doch sind. Ja, Städte der Zukunft. So, Hochschule hierhin. Was mach ich denn hier für eine scheiß Hochschule? Nicht hierhin. Was willst du denn von mir? Let's Geld verschwenden. Jetzt kommst du mich wieder mit der scheiß Archologie. Nein, will ich nicht. Was willst du? Glück, der meiste will. So, jetzt kommt, baut euch aus. Ich hab mein Rathaus ab, ey. Wieder mal. Yay, ein, ein. Halt doch die scheiß Fresse mit deiner blöden Archologie. Ohne Spaß ist doch bei mir immer, also war zumindest so, bevor wir die Archologie jetzt auch hatten. Na, 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 na. So, was war's denn bei euch jetzt? Hier, die Villa hin. Was hat denn die schöne Verbildung? Oh, will sie sich freuen. Mangel an Arbeit. Echt, echt. Wir brauchen die scheiß Archologie, aber Ich weiß nicht, wie die, wie die ganzen Materialien zum Himmels mit auftreiben sollen. Yay, 10 von 1000 Tonnen von Legierungen. Ich bin so stolz. Ich will keine Migreturen bauen, weil das nur Probleme verursacht. Und ich will auch keine Ahnung mit Alkohol, weil das nur Probleme verursacht. Haben wir Metall? Warte, wie macht man denn nochmal Metall? Und dann muss man es doch herstellen. Plastik. Wertstoffe. Oh, so viel. Was willst du denn bitte? Ja, es ist Mülltag, Bürgermeister. Ich habe Herausforderungen für Sie. Sammeln Sie mehr zu und mündeln Sie so vor. Betrug 32. Versuchen Sie, das zu schlagen. Mach ich. Okay. Ich bin mal gespannt, wie viel Tonne Müll ich jetzt einsappeln werde. Ach, jetzt kann ich die Scheiße nicht... Ach, das gibt echt Probleme über Probleme. Handelszentrale. Wo ist jetzt die Scheiß Handelszentrale? Umschlagplatz. Boah, Mann. 10 Watt, 40 Gefangene. Oh, äh, hehehe. Vorwärts, das ist die Zentrale. Alter, das ist... Boah. Mann, es gibt echt... Polizei, was willst du? Alter, ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Wir brauchen für Metall... Brauchen wir... ...ein abgelehender Handelszentrale. Das Abgeld macht man durch Lieferung. Das heißt, ich brauche im Endeffekt im Prinzip nur noch Rohöl. Das ist die Antwort auf alles. Da ist kein Feuer in der Stadt. Wofür träumst du denn? Von Feuer in der Stadt? Ja, wir nehmen immer gerade die halbe Zeit. Feuer in der Stadt, Feuer in der Stadt, Feuer in der Stadt, Feuer in der Stadt. Der will ich nur wieder nerven. Äh, stellen Sie ein Polizeiref hier auf. Was ist mit dem Polizeiref hier? Oh, da ist kein aufgeschältes Gebäude. Boah, ich kriege hier, ne? Überfüllung. Wie macht mich das hier jetzt? Förderabteilung. Was ist denn eine Förderabteilung schon wieder, ey? So, jetzt hast du wieder genügend Platz. Wir haben noch 30 weitere Platz. Alter, 7.000 für 25.000. Wie willst du das schaffen? Wie? Das geht doch nicht. Das kannst du doch nicht machen. Weg, Schäußer. Komm, komm, sie wird zufrieden. Äh, frei für dich. Hier kommt doch ein bisschen das Gebietchen. Also, meiner Meinung nach schaffst du Omega nicht in einer Stadt. Und das Großprojekt ist so krass. Was willst du denn bitte? Und Legierung kann ich mir auch nicht kaufsen, oder? Weißt du, was ich jetzt baue? Wieso ist hier kein Legierungslager mehr, Mann? Genau, das ist es. Das ist es, Freunde. Oh, ich bin so tämlich. Das ist nichts Neues bei dir. Oh, ja. Versandlager. Guck mal, das Kalbstofflager brauchen wir doch sowieso jetzt mal fürs Erste nicht. Machen wir das mal weg. Aber Legierungen sollte ich vielleicht doch noch drin haben. Guck mal, jetzt kann ich doch bestimmte Legierungen kaufen, oder? Ja, kann ich. So, ich habe einen Stadtflughafen. Was ist das? Plastik. Ähm, geht nur das Plastik um einen Aus? Eigentlich nicht. Wiederholen haben wir unendlich. Das heißt, ich kann da erstmal Export machen. Ja, ich kann den Bau. So. Ähm, eine scheiß Attraktion unten. Ach, du Scheiße. Attraktionen. Versuche pro Tag. Lohnt es sich? Wolkneul. Wolkneul. Und hier noch die Statue. Und da noch ein Dinosaurier. Dinosaurier. Also, wie gesagt, kam hier noch Statue und dann noch ein Dinosaurier. Rollbahn, Passagierterminal, Frachtterminal. Du bist da im Flughafen. Yay. Da kannst du dann, glaube ich, auch Sachen zu verkaufen. Wobei, das bringt aber nicht viel in der Extrastadt. Oh, unser Unternehmen brennt. Was willst du bitte? Wir brauchen so eine scheiß Prozession. Lass mal mal dafür jetzt mal. Fünf Industrien. Industrien fallen. Und jetzt der Umschlagplatz bringt es mal so gar nicht. Da nimmt mir nur so viel Platz weg. Dann mache ich lieber die Schienen hier alle weg. So, und mache dann Industriegebiet hin. Und sie auf jeden Fall mehr als eine andere Scheiße. Hohne Nachfrage bei den Touristen. So. Oh. Ich brauche langsam ein Klärwerk. Okay. Das ist ja, dann kommt hier noch an die Ebene Hochschule rein. Verschopfte Robe. Verschopfte Robe. Ah. Erschreckt mich noch einmal, ey. Wer? Das ist, wenn du in der Industrie explodiert. Sag mal. Achso, ich habe diese Chemikalien-Scheiße noch nicht. Äh. Die sollen mal das jetzt erforschen. Sonst erschrecke ich mich noch die ganze Zeit. Dann sterbe ich hier noch an. Schreck. Der alte, der Endrohrer, der hat ein Problem. So, alter, ey. Wollt ich mich noch umbringen, ey. So. Ich muss noch alles verarbeiten können. Was willst du bitte? Mach ich. So. 74 Prozent Sympathie. Oh, Industrie geht gerade runter. Warum denn? Wie ist er mich, dass wir keine Fassaden haben? Wir brauchen Arbeiter. Ja. Ar-Arkologie ist im Bau. Ah, jetzt muss ich mir ein Buses hier mal ausruhen. Jetzt verstehe ich es. Jetzt sage ich auch noch, warum die Weltheißige Öl-Raffinerien ausgelastet waren. Es müsste mir auch mal die Meldung kommen, dass der internationale Flughafen frei ist. Müsst ihr jetzt auch noch bauen? Warst nicht genügend Müll, äh, warst nicht genügend Müll wegen. Jetzt bin ich verarschen, jetzt sind wir uns doch voll ausgebaut. Das ist SimCity. Ja, ihr habt ja doch Mitarbeiter, aber ich mag das hier vergrößern lassen. Ich brauche einen Megaturm, jetzt wird es mir alles klar. Ne, ohne Scheiß, weil ich baue nämlich Apartments. Okay. Ähm. So. Heute angekommen die Touristen, 200, wartende Touristen, 27, bla 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 bla. Ich weiß nicht, ob ich den am meisten. Die einfache. Ähm, Passagiere pro Tag 100 und steigen, gut. Was willst du denn, Schätzchen, langsame Feuerwehr? Kann ich dich noch mit da aushauen? Dum, 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 dum. Oh, geil, Bürgermeistervilla. Ich finde es sehr sozial. Aber ich werde das Teil des... Beiherschutz für Nachbarn verfügt, das freut mich. Pech für dich. Ähm, wie bist du ausgelastet? 140 Gefangene. Na gut. Ähm. Dum, 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 dum. Da fahre ich noch eine Rollbahn hin, dann bin ich hier aber ausgelastet. Ähm. Noch ein Frachtterminal. Was ist das denn hier? Aufregt... Ach, so... Ah. 70 Tonnen Legierungen. Okay, das geht eigentlich so schnell, als ich es dachte. Aha, interessant. So, guck mal, wir sind das ja schon fertig. Gleich. Hoffe ich. Sie schwimmen im Geld. Wir haben so viel, dass wir vielleicht sogar die Steuern senken sollten, damit wir schneller wachsen können. Wie sehe ich denn mit Wasser aus? Beschissen. So, dann mach ich nochmal hier drauf. Go, go. Wie siehst du denn aus? Du bist ein Kraftwerk. Das ist alles. Es kam natürlich hier noch so ein Ding auf, weil ich gerade so lustig bin. Oh, er ist lustig. Hihihihi. Ähm. Was ist denn bei dir schon wieder los? Oh, ich kann die Villa upgraden, schön. Müllhalde fast voll. Scheiße. Arkologie braucht mehr Metall, scheiße. Ich brauche irgendwo mehr Metall. Ah, schön. Ach, guck mal, ich kann hier schon wieder was drauf bauen. Yay, Baubeginn. Komm, eine hat doch noch was. Merk, dass du jetzt doch mal wieder zu Volk bist. Nein! Gott sei Dank, da bin ich aber froh. Ach, schon wieder dieselbe Fabrik ist euer Fachmann. So, und ich bin mal kurz weg, ne? Ich bin mal kurz auf dem Clou. Äh, mit einem Let's Play. Ja, ist ganz dringend. Ja, oder ich beende es einfach kurz mal meine Folge, oder? Nee, komm, es sind noch fünf Minuten bis zum Monatpolten. Okay. Na. Man, ich mache mir so viel, habe ich nie überredet. Mann, wie alles kaputt, ey. So, hier, das und, äh, 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 das und, äh. Und, da, da und, ja, du bist der Polizeistation. Und mir kannst du gerade eine schöne Fahne, da du. Ja, schön. So, nochmal draufbauen hier. Ja, schön für dich, ich hab da schon mehr Polizeikräfte, mein Satz. So, als nächstes, liebe Freunde, blieb ich ja mal ein bisschen das Verkehrsnetz aus. Ah, mein Appartement zur Miete, schön. Es gibt tolle Läden zum Shoppen. Ah, Flugzeug. Glaub ich, ich baue jetzt direkt die Straßenbahn. Soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht. Das ist die Frage. Null Passagiere pro Tag, hier bist du lustig. Achso, ich wollte euch ja auch spawnen, ach man. So, Natur, la, ja, so. Und, so. So, Straßenbahn. Soll ich sie bauen, die Straßenbahn? Was meinst du? Ja, wenn Verkehr hoch ist, dann ja. Ich kann die Straßenbahnhalte stellen. Jetzt gibt es hier mal genügend Stationen, wo sie überall Halt werden. Ja, ich bin da für' ich. Scheiße, da wird nicht ausgebaut. So, Fortschritte. Ach, das schaffst du doch gar nicht mehr, ey. Das ist doch Kacke, ey. alter 2000 noch und 25.000 scheiße was denn von omega das ist nichts abgekriegen so was vergessen heute wenn du die erste ja er müsste es ja leben war dein pech ich glaube hier war es noch nicht so jetzt muss ich mal kurz alle hauptstraßen ab für die straßenbahn so lassen wir beenden weil ich muss mich jetzt echt dringend aufs klo alles klappt was sonst irgendwo wo ich noch ab wo ich die straße ein bisschen abbilden wollte ok gut aber das machte man in der nächsten folge ja ich würde sagen wir sehen uns dann einfach in einer weiteren folge über kommentare viele positive kommentare und dergleichen in den kommentaren würden wir uns jederzeit freuen ja und ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge tschüss